Yo Jungs, eigentlich solltet ihr hier jetzt eine Minecraft-Map-Changer-Folge sehen, die ich auch aufgenommen habe und sowas. Hier wollte ich gerade hochladen, allerdings ist die Datei irgendwie beschädigt oder sowas, was sehr sehr schade ist. Weil eigentlich war es heute sehr wichtig in Folge sogar. Und da geht es aber darum, dass jetzt ein bisschen anders wird wie auf dem Kanal. Ähm, dass ich mir mal veralten, wenn ich mir ein bisschen zurückgeschraubt habe und so, nee. Und, äh, das Bild ist zu heftig, ich war ein ganzes Beef, so mit Rizmoor, Doherzucker und SICK. Und, äh, ja, ich habe mich ganz entschuldigt bei denen. Und, äh, jetzt mal gucken, ähm, wie das dann so weitergeht. Ähm, ob wir dann auch Beef haben. Keine Ahnung, die anderen da, also, die anderen da so sehen. Aber ich denke, dass der Beef jetzt vorbei ist. Und auch so wird es ja, von genau an, Veränderungen geben. Also, ich weiß, ob wir auch kein Clickbait oder so was wir machen, na. So, wenn nur ganz normale Titel und so. So, man ist halt, nee, jetzt. Manchmal kann man Clickbait aber auch nicht verhindern. Na, wenn wir dann nur so eine gute Idee habt, gute Idee habt, hab. Oder so, na, dann muss ich auch mal Clickbait machen, da machen ja alle irgendwie, ne. Ähm, äh, ja, ich werde einfach mal ein weiterer Videos wissen, wie, früher halt machen. Ich war so demotiviert, so, Titel so klein geschrieben und so, ne, weißt du. Und, äh, ja, ich habe jetzt hier ein paar Videos aufgenommen heute Morgen. Wie in guten alten Zeiten, na. Da werdet ihr dann die, demnächst die Ergebnisse sehen. Ähm, und ja, eigentlich sollte heute eine MapState-Folge kommen. Auch so ein altes Projekt. Und, äh, ja, leider war es eben, wie schädigt die Aufnahme. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ich hab's ja uns mal aufgenommen, ich hab's mal beendet, so wie immer. So was ich halt aufnehmen und, ja, das ist irgendwie halt kaputt, deswegen ist ja nur diesen Black Screen. Ich kann nicht nur was sagen, was ich gemacht habe. Ja, weil du über das Thema da einfach angesprochen hast, irgendwie jetzt auch. Und dann wollte meine Zuckerhofer fahren und ein bisschen reparieren, weil irgendwie ist das Minecraft da, ähm, das Minecraft da irgendwie stecken geblieben, fährt nicht mehr. Und da war ich sowieso ein bisschen am Werkhalle gewesen. Wir haben uns halt mal sieht, seht. Und, äh, ja, jetzt wird es dann weiter. Ich hoffe, dass ihr da mir Lösungen schreiben könnt, aber das können wir jetzt nicht mehr machen. Nein, auf einmal bin ich der Heich, nee. Sorry dafür. Eigentlich eine wichtige Folge, aber, ja. Dann ausgerechnet jetzt ist es irgendwie jetzt kaputt. Ich hab noch nicht mit dem PC-Abschutz zu tun gehabt. Das war wirklich so eine 15-Minuten-Folge. Und das lief alles alles ohne Probleme und so. Und ich hab's ganz mal angefangen. Ganz mal beendet. Aber irgendwie jetzt beschädigt die Aufnahme, also. Ich kann halt anklicken und bestätig irgendwie, ich starte mit sowas fehlgeschlagen oder so. Movie Maker kann ja auch nicht öffnen, so, ne. Und, ja, keine Ahnung. Was da los war deswegen? Sorry. Aber ich wollte einfach ankündigen, dass es jetzt ein bisschen anders wird hier wieder. So ein bisschen wie früher. Und, äh, ich ja nicht mehr direkt irgendwie so beleidigend dann in den Kommentaren werde. So ein, äh, auch die Werbung soll ich nicht mehr so machen. Sagen wir eine normale Anmoderation. Na. Und, äh, ja wohl ein bisschen zu viel jetzt. Und jetzt ist ja so ein kleines Rollback. Gute Fässern gewesen. Ich will mich heute nicht mal länger stören. Und deswegen, ciao.